Willst du was zu essen? Ähm, ja. Dann komm mal in meinen Ketten. Ich komm. Und noch zwei Herzen. Ich komm, ich komm. Au. Jo, zwei Endermänner hier am Start. Drei. Und einer davon will mich, glaube ich, töten. Hilfe. Ich glaube, ich geh gleich drauf. Du hast auch heute nirgends Eingänge. Ich muss komplett außen rumlatschen. Wie sie da rausguckt einmal. Du hast keine Betten hier am Start. Bau mal welche. Ja. Ja, hier sind Endermänner am Start. Drei Stück waren hier im Umkreis. Ja, das sind ein Creeper. Und ein Creeper. Ich fühle mich verfolgt. Auf meinem Berghaus. Dieser geschissene Endermänner. Klaut mir auch noch hier Stückle Erde. Hier oben siehst du das nicht? Ich stehe gerade auf dem Meer. Auf dem Meer. Auf dem Meer. Was ist das da unten? Ist das Lamas? Händler? Ist das da? Ja, da schon. Ich bin aber am Ufer. Warte, ich sehe dich. Du bist auf dem richtigen Weg. Hallo. Sag mal, wo ist denn dieser Enderman? Ich muss ihn nur noch ein, zweimal erwischen. Drecksviech. Was machst du hier schon wieder? Ist so typisch für sie. Kaum ist sie hier, stellt sie mir irgendwelches Zeug in die Gegend. Und wieso hast du schon ein Diamantschwert? Und hast du auch schon eine Diamantrüstung? Das sagt schon so aus, weil es so blau ist auf dem Texture Pack. Ja, das ist ja auch meine Absicht. Weil vorher bin ich fast den Tod gestürzt. Ich bin Gott sei Dank genau hier in der Ecke hier runtergefallen. Und da ist auf halber Höhe nochmal ein Erdklotz. Ja, das ist ja auch meine Absicht. Schon wieder out of Holz. Ich bin Gott sei Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie wirft ihr mich hier mit Schneebellen? Ich denke schon wieder so ein Kack-Enderman hinter mir her. Hilf mir lieber Holz zu hacken, anstatt mich mit Schneebellen abzuwerfen. So, nur noch halbes Leben. So Dinge passieren übrigens, wenn man sich in einer Beziehung befindet. Man wird beim Holzhacken zur Hälfte ermordet. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Es wird halt einfach schon wieder dunkel. Aber dafür hat man hier einen epischen Mondaufgangsicht, wo irgendwie aussieht wie ein Ei. Sand brauchen wir dann demnächst mal für Glas. Das wird dann wohl auch ein bisschen was. Das ist klug, weil ich das ist, weil ich bis jetzt noch nirgendes Sand gesehen habe. Okay. Okay. So, so, das ist... So, das ist das Grundgerüst vom Haus. So, das ist das Grundgerüst vom Haus, so weit so gut. Hier kommt dann so eine Außenterrasse hin mit direkter Andinnung an die Rückkehr. Okay, sieht eher aus wie ein Eisenblock. Okay, so ein Eisenblock. Okay, so ein Eisenblock. Okay, so ein Eisenblock. So, ich werde mir jetzt mal diese Kohle hier krallen müssen, weil die werde ich auf lang oder kurz brauchen. Okay. 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 Das wird sexy. Das machen wir so.